Herzlich Willkommen bei der fantasievollen Ruhe Eule. Ein nicer Podcast aus dem wunderschönen Freundenberg mit Hammergästen über Themen zum Nachdenken mit Rebecca und Seba. Jetzt kommt die Folge mit Alexandra Karyakova. Alexandra Karyakova, Bauzeichnerin jüdischer Gemeinde Charkochaf. Wobei Charkochaf der Name eben der jüdischen Gemeinde ist. Genau im Mai 2007 wurde sie gegründet, da war Alexandra ganz intensiv dabei. Und auch heute ist sie die Vorsitzende der Gemeinde, die im ganzen Kreis unter 160 Mitglieder hat. Und die sind sehr rege und machen richtig viele Sachen. Jawohl. Dann kommen jetzt noch ein paar Infos zu Alexandra Karyakova. Vor 30 Jahren kam sie mit ihrer Familie aus der Sowjetunion nach Deutschland. Erstmal in eine Notunterkunft in Unna. Heute wohnt sie direkt neben der Synagoge in Unna-Massen. Die ist übrigens in einer ehemaligen christlichen Kirche. Ursprünglich war sie Elektronikingenieurin. In Deutschland hat sie eine Umschulung zur Bauzeichnerin gemacht, wo sie in den letzten 15 Jahren bei der Stadt Unna gearbeitet hat. In ihrer Freizeit hört sie viel Musik und liest gerne. Vor allem ist sie aber viel in der Synagoge und in der Gemeinde beschäftigt. Eine vielschichtige und spannende Frau. Ja, wirklich. Ihr werdet auch gleich merken, dass das keine ganz leichte Folge wird. Warum? Naja, weil wir über ihre Biografie reden, über die Arbeit der Gemeinde im Hier und Jetzt, aber eben auch über die Geschehnisse in Israel, über die Schohar und über Antisemitismus in Deutschland. Naja, und auch im Kreis Unna. Aber gerade weil die Folge eine gewisse Schwere hat, gerade deswegen lohnt sie sich. Ja, dann hört mal rein. Bei mir sitzt Alexandra Kariakowa, Vorsitzende der jüdischen Gemeinde hier in Unna und damit auch in Fröndenberg. Und wenn man deinen Namen googelt, dann findet man eine ganz bewegte und bewegende Geschichte, unter anderem, dass du ungefähr vor 30 Jahren nach Deutschland gekommen bist. Wie ist das abgelaufen? Wir kamen nach Deutschland als sogenannte Kontingentflüchtlinge und wurden in der ehemaligen Landestelle gelandet. In Massen? In Massen, ja. Dann sind wir in Unna geblieben, weil wir haben uns in Unna verliebt. Unna war so gemütlich, so schön. Wir wollten nicht nach Dortmund fahren. Wir stammen aus einem großen Stadt, Stadt Harkiv, mit anderthalb Millionen Bewohnern. Das man heute kennt wegen des Krieges leider. Ja, wegen des Krieges, genau. Aber dass wir in einer kleinen Stadt gelandet haben, das hat uns viel Spaß gemacht. Diese wunderschöne Architektur haben wir uns jeden Abend bewundert mit meinem Mann. Gab es da was Besonderes, wenn du sagst Architektur, ein besonders schönes Gebäude? Ja, es gibt es auch die Gebäude, die Anfang des 19. Jahrhunderts sind oder früher gebaut. Das war auch barocker Stil und wirklich das wunderschöne Gebäude, der Jugendstil. Das hat uns sehr alles bewirkt. Hast du da ein konkretes Gebäude im Kopf gerade, wenn du das beschreibst? Schwer zu sagen, das war sehr viel. Also Allgemeinheit. Allgemeinheit, ja. Okay. Und wenn du sagst, wir sind nach Deutschland gekommen, du und dein Mann oder waren da noch mehr Menschen dabei? Das war meine Familie, mein Mann und zwei Kinder. Die Tochter war 15 Jahre alt und der Sohn war 5 Jahre alt. Okay. Gut, und dann habt ihr in Una Fuß gefasst. Seid ihr dann direkt auch nach Massen gezogen oder wohin? Naja, wir waren zuerst an Afferdewecke Wohnung gefunden. Aber als Erste, das war Notunterkunft am jüdischen Friedhof. Ah ja, okay. Da haben wir ein Jahr da gewohnt. Dann haben wir entschieden, dass wir in Una bleiben, weil, wie gesagt, das Una war so schön und so gemütlich für uns. Das haben wir gedacht, wir möchten keine große Stadt sehen. Und du bist auch schon als Jüdin nach Una gekommen oder bist du irgendwann konvertiert oder so? Nein, ich bin geborene Jüdin. Meine Eltern waren jüdisch. Aber in der Sowjetunion als Jüdin habe ich nie gelebt. Deswegen stand bei mir im Pass, dass ich Jüdin bin. Ich habe Antisemitismus erlebt. Aber die Wurzeln, jüdische Wurzeln, habe ich erst in Deutschland entdeckt. Das ist ganz komisch, ja. Das stand im Pass, dass du Jüdin bist? Ja. Okay, weil ich hätte jetzt so mit meinem Halbwissen gesagt, an deinem Namen kann man das nicht erkennen oder so? Weil das ist der Name meines Mannes. Er ist Russe. Deswegen war das so. Okay, und wie hieß du vorher? Teplitska. Okay, und würde man da sagen, das ist ein jüdisch klingender Name? Doch, das war. Im Sowjetunion war das ein deutlicher. Teplitski, Teplitska ist jüdische Name. Und den Antisemitismus, den du erlebt hast, das war aufgrund des Namens und weil das so ein Marker im Pass war, oder? Das war wegen dem Pass. Im Pass stand das. Obwohl im Pass war das nicht Religionszugehörigkeit, sonst Volkszugehörigkeit. Religion, Religion können wir das gar nichts durchleben, weil in der Sowjetunion war das verboten. In der Stadt, wo wir wohnten, anderthalb Millionen Bewohner, sehr viele Juden, keine einzelne Synagoge. Keine einzige Synagoge, okay. Ich habe Tennis gespielt als Kind in einem Sportverein und das war ein wunderschöner Gebäude mit rundem Kuppel. Ich habe immer gedacht, was war hier früher? Früher war es eine Synagoge, das wusste ich nicht als Kind. Krasser Zufall dann irgendwie, ne? Ja. Wie hat sich der Antisemitismus da deutlich gemacht? Wir haben ein eigentlich gutes Leben. Mein Vater war ein Oberst, ein Professor in einer Militärfachhochschule. Wir waren sehr gut situiert. Aber mein Vater muss ganz schnell zur Rente gehen, pensioniert werden, weil er Jude war. Das war der erste Schritt. Auch zwischen Freunden haben wir da als Kinder gar nichts bemerkt. Das war alles okay. Aber wenn ich studieren möchte, dann kam das. Dass ich als Jüdin, als Studentin eingetragen sein sollte, das war kompliziert. Am Ende habe ich wirklich nach allen Einstiegsprüfungen nur die notwendigen Noten gesammelt um Abendstudium. Mir wurde gesagt, wenn du gut studierst, kommst du zum Tagesstudium. Ich habe mit Roter Diplome meine Fachhochschule beendet, aber als Abendstudium. Das schaffe ich nie, zum Tagesstudium zu wechseln. Roter Diplome heißt nur ausgezeichnete Noten. Okay. Und was waren die Gründe für die Flucht hierüber? Das waren unterschiedliche Sachen. Nach dem Zerfall von Sowjetunion rausgekommen, kamen die Listen im Internet. Das war Anfang des Internets, aber die Liste kamen, weißt du, dass deine Nachbarn Juden sind? Oder auf unserer Garage wurde geschrieben, geh nach Israel und so weiter. In Russland oder SSR? In Russland. Ja, und wir haben gedacht, dass unsere Cousine hat erzählt über solche Programme. Das wussten wir gar nichts. Da gibt es die Möglichkeit, als Juden nach Deutschland zu emigrieren. Ah, okay. Dann haben wir einen Antrag gestellt, weil wir haben geträumt, dass unsere Kinder in einem demokratischen Land groß werden. Und dann kamt ihr nach Unna 1995. Und was für eine Situation habt ihr hier vorgefunden? In der Landestelle, das war wie in einem Paradies, die Vögelchen zwitschern. Wir haben das endlich geschafft. Wir sind in Deutschland. Die Kinder sind gesund. Wir sind gesund. Und ja, wir sind, das ist ein neues Kapitel in unserem Leben. Also wie eine Befreiung, hat sich gesagt. Absolut, ja. Dann kamen wir zur Synagoge. Es war für mich auch etwas Besonderes. Ich habe kaum etwas verstanden. Mein Deutsch war sehr schwach. Hebräisch sowieso null. Aber diese Musik, die Sprache, die Musik des Gebets, das war mir am ersten Tag, wurde mir klar, du gehörst dazu und das gehört dir. Wo war damals die Synagoge? Dortmund. Synagoge Dortmund, ja. Okay, und dann hast du gesagt, jetzt gründe ich eine eigene Gemeinde in Unna, oder wie kam das? Nein, das war nicht immer, nicht sofort. Wir waren mehrere Jahre in Dortmund, der Gemeinde. Aber wir haben auch nach Dortmund mehrere Menschen mitgebracht, als Verein Stern damals, seit 2003. Und wir waren in Dortmund immer herzlich begrüßt. Gäste aus Unna sind wieder da. Wenn du das fünfte Mal hörst, dass du Gast bist, dann fühlst du dich wie ein Gast. Ja, ich verstehe. In Unna möchten wir, das ist unser neues Zuhause, wir möchten ein eigenes Haus haben. Wir wollen kein Gast sein, wir wollen Gastgeber sein. Genau, und da war der erste Gedanke, um eine eigene Gemeinde zu gründen. Wann war das? 2007. 2007, also nach zwölf Jahren in Deutschland, okay. Wie kann man sich das vorstellen, wie gründet man eine jüdische Gemeinde? Das wussten wir auch nicht. Wir haben viel recherchiert und gelernt. Wir waren in Bielefeld bei einem Gespräch mit Rabbiner Brandt, ehemaliger Rabbiner aus Dortmunder Gemeinde. Er war Rabbiner in Bielefeld, schon als Rentner. Und er hat uns gehört, er hat uns beraten und sagte, allerdings alles, was Sie mir erzählen, klingt nach einer liberalen Gemeinde. Aber das müssen Sie selber entscheiden. Da haben wir viel recherchiert und viel gelernt. Was ist denn eine liberale Gemeinde? Das ist eine ganz normale Gemeinde. Liberales Judentum in Deutschland hat schon 250 Jahre Geschichte. Wir sind egalitär. Männer und Frauen haben gleiche Rechte. Ich glaube, das ist der größte Unterschied zur Orthodoxie. Also das sind die beiden Formen, die es gibt, orthodoxes Judentum. Dann gibt es auch konservatives Judentum. Also orthodox, konservativ und liberal? Gibt es ultra-orthodox. Gibt es Unterschiede? Wir sind ganz normal wie alle anderen. Wir haben so viele Richtungen wie in jeder... Wie in der christlichen Religionsreiche auch. Absolut, ja. Erste, was uns in Bielefeld angefallen ist, dass Männer und Frauen gemeinsam sitzen. Das Gottesdienst war nicht nur auf Hebräisch, aber auch auf Deutsch und Erklärungen auf Russisch. Und für uns das war etwas Neues. Und noch eine, was ich unbedingt sagen möchte. Wir haben nach dem Kiddush, das ist ein gesegnetes Wein und Brot und Essen nach jedem Gottesdienst in jeder Synagoge, gesehen, dass die Jugendlichen mit Tablet gehen irgendwo nach draußen. Wir haben gefragt, was macht der? Ja, die Polizeiauto steht vorne. Wir bringen aber Essen für Polizisten. Das habe ich in Dortmund nie erlebt. Und das für uns ist das so menschlich und so schön, dass wir haben das übernommen. Schön. Das ist toll. Das heißt, die Polizisten, die die Synagoge quasi bewacht haben. Genau. Ist das in Unna auch noch so, dass die Synagoge bewacht werden muss? Leider, ja. 24 Stunden. Wir reden gleich im zweiten Teil nochmal darüber, wie sich jüdisches Leben hier ereignet, was auch die Risiken und Gefahren sind. Ich würde jetzt nochmal kurz bei der Gemeindeentwicklung bleiben. 2007 habt ihr die gegründet und dann für den ganzen Kreis Unna ist die zuständig? Kreis Unna. Was für eine Rechtsform ist das? Ist das ein Verein? Ist das eine Aktiengesellschaft? Aktiengesellschaft wäre nicht schlecht. Aber wir waren eingetragener Verein. Seit 21 sind wir Körperschaft des öffentlichen Rechts. Ach, so wie die christlichen Gemeinden auch. Genau. Super. Ja. Wir haben uns etabliert. Ja. Euer was? Etabliert. Etabliert. Ja, okay. Und deine Rolle in der Gemeinde ist was? Ich bin Vorsitzende der Gemeinde und auch teilweise Mädchen für alles. Mädchen für alles. Trotz Alter, ja. Okay. Und wie wird man Vorsitzender? Gewählt von Mitgliederversammlung. Jede drei Jahre findet Mitgliederversammlung statt und wir wählen neuen Vorstand und auch Vorsitzende. Also ihr habt einen Gemeindevorstand, der Entscheidungen trifft. Genau. Wie kann man sich das vorstellen? Wie oft trifft er sich? Jeden Monat. Jeden Monat. Und entscheidet dann aktuelle Themen und… Es gibt sehr viele Sachen, die auch praktische Sachen sind von Renovierung in der Gemeinde oder wie Gestatten wie Gottesdienst am Rosh Hashanah im jüdischen neuen Jahr. Wer packt die Halot? Wer macht was in der Gemeinde und so weiter. Das gibt es viel zu tun. Okay. Man kennt vielleicht die Synagoge in Massen. Habt ihr noch mehr Gebäude? Nein. Nur eins. Nur eine Gebäude. Gut. Und zum Kreis Unna gehört auch Fröndenberg. Wir sind ja der Fröndenberger Podcast. Was ist deine Verbindung oder die Verbindung der jüdischen Gemeinde zu Fröndenberg? Was findet in Fröndenberg statt? In Fröndenberg waren wir auch mit einem Vertrag über heutiges jüdisches Leben. Wir haben das vor einigen Monaten gemacht. Gemeinsam mit Herr von Natusius. Er hat zweite Teile übernommen. Er hat über Geschichte Juden in Fröndenberg gesprochen. Eigentlich seit 2005 sind wir sehr eng mit Fröndenberg verbunden. 2005 fand hier eine Veranstaltung 60 Jahre nach Befreiung von Auschwitz. Und das war eine große Ausstellung. Das waren viele Veranstaltungen. Und es war für mich ganz Besonderes. In Stiftskirche waren 36 Kerzen angezündet von Kindern aus einer Schule. Und jede Kerze trug ein jüdisches Name. Das war ein Gedenkveranstaltung für ermordete Juden aus Fröndenberg. 10. November, mein Geburtstag, bin ich immer in Fröndenberg. Ja, da zum Pogromgedenken. Zum Pogromgedenken, genau. Okay, gibt es noch weitere Dinge, die Verbindungen zu Fröndenberg sind? Ich weiß, dass Fröndenberger kommen, uns zu besuchen. Wir haben mehrere Gruppen, Kindergruppen, Schulklassen und auch Erwachsene Gruppen. Und die nach Hunna kommen, um Gemeinde kennenzulernen, um Konzerte zu genießen bei uns in der Gemeinde oder Lesungen. Und nehmen auch Fröndenbergerinnen und Fröndenberger an den Festen teil, die in der Synagoge stattfinden? Ja, das auch. Wir haben auch Mitglieder, die in Fröndenberg wohnen. Ich meine, wenn man Jude ist und im Kreis Hunna wohnt, automatisch Mitglied bei euch, so ähnlich wie bei den Christlichen, man muss eintreten quasi. Man muss eintreten, genau. Und zahlt man dann auch sowas wie eine Gemeindesteuer, Kirchensteuer quasi? Genau, genau. Die ist festgelegt oder die könnt ihr regeln? Nein, die ist festgelegt bei uns, ja. Ah ja, spannend. Und wie ist eure Beziehung zu anderen Religionsgemeinschaften im Kreis Hunna? Wir haben sehr freundliche Beziehungen zu christlichen Kirchen, aber auch zu Moschee in Hunna und in Birnen. Am Montag war ein Friedensgebet in Hunna, wo alle Religionen, Vertreter haben zusammen für Frieden gebetet. Und kommenden Montag sind wir in Bonnen, in Zechenturm auch mit unterschiedlichen Vertretern von christlichen Kirchen und von Moschee zusammen beten wir für Frieden. Ist es auf der Ortsebene leichter, mit anderen Religionsgemeinschaften in Kontakt zu kommen, als auf der Länderebene oder auf der höheren Ebene? Ich glaube, es ist abhängig von Persönlichkeiten und von Freundschaft. Wenn wir befreundet sind, auch bei unterschiedlichen Meinungen und Nicht-Einstimmigkeiten, sagen wir so, mit Bekannten, mit Freunden kannst du schneller einen gemeinsamen Nenner finden. Auch nicht immer das so. Jeder bleibt vielleicht bei eigener Meinung, aber trotzdem sind wir kein Feind in diesem Sinne. Ist das gut? Das ist ein schönes Zwischenschlusswort, ein Zwischenfazit nach einer Viertelstunde sehr intensiven Gespräch. Vielen Dank bis hierhin. Jetzt bitte ich mal die Rebeckereien mit dem Eulenspiegel. Ja genau, jetzt kommt der Eulenspiegel für unsere Hörerinnen und Hörer. Dazu stelle ich drei Fragen. Drei kurze Antworten von dir über Freundenberg. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Perfekt. Die erste Frage. Das ist dein liebster Ort in Freundenberg? Das war Stiefskirche. Dann die zweite. Das geht so nur in Freundenberg. Ich kenne Freundenberg seit fast 30 Jahren. Ich war hier bei allen christlichen Gemeinden und habe Verträge gehalten über Juden in der Sowjetunion, Juden in Deutschland. Mit dem ehemaligen Pastor Heckel war ich hier wie zu Hause. Männergruppe, Frauenchöre. Das waren sehr viele Gruppen, die mir bekannt waren. Aber Freundenberg war für mich weiter zu Hause. Schlecht. Und dann kommen wir schon zur dritten Frage. Das ist eine kuriose Sache, die du mal in Freundenberg erlebt hast. Das war meine Rückfahrt aus Freundenberg. Ich habe einen breiteren Weg gefunden, um nicht diese Zickzack-Straßen nachzufahren. Und ich bin irgendwo Abfahrt verpasst bei Rückfahrt. Und dann war ich in Wigge der Ruhr gelandet, Stadtuna. Ich habe nach Hause gerufen. Ich habe gesagt, dass ich bald nach Hause komme, weil das war eine Ausfahrt zur Autobahn. Und dann mein Mann hat gefragt, wo warst du endlich? Sag ehrlich. Weil ein Weg von Freundenberg dauert 20 Minuten, keine Stunde. Ja, das stimmt. Wenn man die Ausfahrt passt. Ja. So ein kleiner Umweg. Falsche Richtung gefördert. Ja, perfekt. Das war es auch schon wieder mit dem Eulenspiegel. Und damit zurück. Ja, danke Rebecca für diesen spannenden Eulenspiegel. Ich habe auch noch eine Frage, Alexander. Fühlst du dich als Jüdin derzeit sicher in Deutschland, im Kreis Unna? Im Kreis Unna, ja. In Deutschland nicht. Das ist, wenn du Fernsehen guckst, dann musst du wissen, was passiert in der Uni, was passiert mit unseren Jugendlichen, bei manchen Schulen auch. Das ist natürlich sehr traurig. Gab es im Kreis Unna Vorfälle irgendwie in den letzten Monaten oder Jahren? Nein, Gott sei Dank nicht. Aber wer weiß, was kommt. In Dortmund. In Dortmund war das. Was ist da passiert? Das war, glaube ich, vor zwei Wochen. Da sollte ein Film über 7. Oktober in U-Gelände präsentiert werden. Das war kein Film, wo die Fotos oder Aufnahmen von was passiert am 7. Oktober war. Aber es war ein Interview von Frauen. Es geht um sexualisierte Gewalt gegen Frauen. Und das war gestört. Und wirklich so gestört, dass darf man das gar nichts mehr zeigen. Wer hat das gestört? Pro palästinische Gruppe. Ich war da nicht, aber ich habe das leider gelesen über diese Situation. Und welche Störung gibt es von Neonazis oder extremer Rechte? Was passiert da? Wenn ich höre, dass unsere Justiz entscheiden muss, ob Aussage, diejenige, die in Deutschland lebt, ist ein Antisemit, ob das antisemitisch ist oder nicht. Wenn das Justiz muss entscheiden, das ist für mich ein bisschen traurig. Ich denke, dass es eindeutig ist, dass das Volk verhetzend und antisemitisch ist, diese Aussage. Und das war eine Losung von Neonazis in Dortmund vor ein paar Jahren. Und inwiefern hat das eine Wirkung bei euch, wenn ihr zum Beispiel euch im Gemeindevorstand trefft, der Gemeindeleitung? Diskutiert ihr solche Fragen? Was bewegt euch da? Wie geht ihr damit um? Natürlich diskutieren wir das. Natürlich war das auch für uns Konsequenzen. Aber das sehen Sie auch. Die Polizei steht 24 Stunden vor der Synagoge. Das braucht kein Kommentar. Das gibt es leider Gefahr. Die stehen da immer? Immer. Also rund um die Uhr? Rund um die Uhr. Das ist unvorstellbar. Also wenn man das nicht erlebt, so wie ich, der da vielleicht mal dran vorbeifährt oder so, kann man sich das gar nicht denken, was das bedeuten muss. Trotzdem, die Gemeinde lebt ganz offen. Wir machen viele Veranstaltungen. Wir haben viele Projekte. Wir laden zu uns Schulklassen. Vor kurzem war bei uns eine Gruppe aus Berufskollegger aus Lünen. Das waren sehr viele muslimische Jugendliche. Und das war ein super Workshop und ein super Tag. Obwohl von Anfang war das nicht alles so locker. Da müssen wir viel reden. Das ist ein bisschen verklemmt. Okay. Was denkst du bräuchte es in Deutschland im Kreis Unna? Welche Maßnahmen bräuchte es, um Antisemitismus zu begegnen? Schwer zu sagen. Ich glaube, dass viele machen das jetzt etwas gegen Antisemitismus. Aber jetzt ist, glaube ich, irgendeine Situation, dass einiges, was früher war Nogoare, jetzt ist ganz legitim. Und das finde ich traurig. Was meinst du damit? Ich meine damit, dass die Menschen, die zum Beispiel ihre Kritik an die israelische Regierung äußern, das haben sie recht, natürlich jeder kritisieren, die sie wollen. Aber die Menschen, die Geschichte nicht kennen, die kommen vielleicht zu sehr schnellen Schlussfolgerungen. Und um wirklich das zu diskutieren, muss man sehr gute Kenntnisse haben. Wenn man sagt, freie Palästina von Hamas, ja, bin ich auch mit beiden Händen, freie Palästina von Hamas. Natürlich müssen die Menschen nicht ermordet werden. Aber von wem werden diese Menschen als Schutz genutzt? Das sind die Fragen, die viele Menschen sich nicht stellen. Aber wenn ich höre über Diskussionen in der Uni, dass jüdische Studenten jetzt einen Urlaub nehmen, um in die Uni nicht zu gehen, das ist nicht möglich. Das muss etwas wirklich dagegen gemacht werden. Wie ist deine Verbindung zu Israel? Warst du häufig da oder so? Ich war häufig da. Ich habe viele Freunde und Verwandte, die da wohnen und leben. Nach dem 7. Oktober jeden Tag rufe ich meine Freundin in Aschkelohn und jeden Tag rufe ich nach Kharkiv zu meiner Freundin in Kharkiv. Leider ist das so. Diese Kriege haben uns von jeder Seite betroffen. Und die Ereignisse vom 7. Oktober und alles, was danach passiert ist, inwiefern beschäftigt euch das in der Gemeinde? Das natürlich sind wir alle betroffen. Sind wir alle betroffen, weil da sind bei uns Reaktionen wie, es gibt es nicht bei jemandem. Das gehörst du dazu. Das ist genauso, wenn du nach Auschwitz fährst. Und unsere Jugendlichen haben das erzählt. Sie waren da mit Schulklassen und die Schulkameraden sagten, das ist schrecklich, darf nicht sein. Aber jeder Jude denkt, das könnte ich sein dabei. Das würde meine Familie hier sein, wenn das heute passiert. Deswegen, wir nehmen das sehr persönlich an. Ja, die Wahrnehmung teile ich. Es ist so ein bisschen, wenn ich darüber nachdenke und mit Freundinnen und Freunden darüber spreche, dann ist eher die Frage, hätte ich da irgendwie was zu beigetragen? Hätte ich das irgendwie versucht zu verhindern? Hätte ich es überhaupt mitgenommen und geglaubt? Man hat nicht die Frage, ob man selber hätte dazugehören können als Opfer. Das ist sicherlich ein Perspektivwechsel, der ganz, ganz schwer nachzuvollziehen ist. Okay, und jetzt gibt es immer wieder Veranstaltungen, die dazu einladen, an all diese schrecklichen Ereignisse auch zu denken. Es gibt Pogromgedenken, da haben wir gerade schon drüber gesprochen. Und es gibt die Stolpersteinaktion zum Beispiel auch in ganz Deutschland oder auch außerhalb von Deutschland. Was hältst du von den Stolpersteinen? Von Anfang an habe ich Zweifel, ob das wirklich die richtige Form wäre. Dann kam nach Huna eine Familie, Manfred Lindenbaum. Und er hat gesagt, wenn ich Stolpersteine sehe, die für meine Familie verlegt sind, wenn ich jüdische Gemeinde in Huna sehe, dann bin ich beruhigt. Und für mich, das war ein Zeichen, dass wenn diese Menschen das nicht nur akzeptieren, sondern respektieren, wenn sie sich über solche Bewegungen in Deutschland freuen, dann sind wir auch dabei. Aber in jüdischen Fällen gibt es natürlich Kritik wie von Frau Knoblauch, aber das ist ihre persönliche Meinung. Also es gibt keine abgestimmte jüdische Meinung dazu? Nein, gibt es nicht. Wie meine Gemeinde unterstützt das, sagen wir so. Okay, weißt du, wie viele Stolpersteine es gibt im Kreis Huna? Ich glaube, in der Stadt Huna 330. Bei dem Kreis Huna weiß ich nicht. Und kommen da immer noch mal welche hinzu? Das kommen wenige hinzu, aber es geht noch nicht um jüdische Opfer, sonst Euthanasieopfer oder politische Gefangene. Aber das sind Opfer vom Naziregime, egal ob sie Juden waren oder nicht. Okay, und vielleicht kannst du uns noch mal so einen kleinen Einblick geben, was ihr noch an Aktivitäten hier im Kreis Huna macht, um auch mal ein bisschen von den schweren Themen wieder wegzukommen. Welche Feste feiert ihr? Haben da manche Feste vielleicht eine besondere Bedeutung? Was kann man bei euch erleben? Wir haben in zehn Tagen ein, fängt bei uns ein Herbstmarathon an. Das sind unsere Höhefeiertage. Rosh Hashanah, jüdisches neues Jahr. Dann zehn Tage später Yom Kippur, Versöhnungsdahrung. Dann noch ein paar Tage später Sukkot, acht Tage lang. Das schätzen wir, das ist ein Herbstmarathon, weil da sehr viele, sehr viele gebetet wird, sehr viele Vorbereitungen in der Gemeinde. Aber wir freuen uns natürlich, dass wir das feiern können. Wir haben auch bei uns Konzerte, Lesungen. Wir haben Führungen für sehr viele unterschiedliche Schulgruppen, weil wir machen Projekte gegen Antisemitismus auch. Ein Projekt ist Willkommen, Bruchim Habayim, auf Hebräisch, unterstützt von Antisemitismusbeauftragten Stadt, Land Nordrhein-Westfalen, Frau Lothäuser-Schnarrenberger. Ich gehöre zu ihrer Fangruppe. Du gehörst zur Fangruppe. Die war doch mal Justizministerin auch. Wir waren zusammen in Auschwitz mit einer Jugendgruppe, die muslimisch-jüdisch-christlich war. Und das war auch Herr Laschet dabei und Frau Lothäuser-Schnarrenberger. Und seitdem gehöre ich zu ihrer Fangruppe. Warum? Was hat sie da gemacht? Ein Mädchen hat gefragt etwas über, das war eine Frage, und dann Frau Lothäuser-Schnarrenberger zieht aus ihrer Hosentasche Grundgesetzbuch und fragte, was für ein Paragraf. Eine Frau, die das mit Grundgesetzbuch täglich trägt, das war für mich etwas Besonderes, ein großer Respekt. Und die Jugendlichen waren sehr glücklich, weil sie wurden ganz ernst genommen mit ihren Fragen. Und ich denke, das war eine sehr gute Reise. Wir sind da gefahren wie drei Gruppen, christlich, jüdisch, muslimisch. Zurück war eine Jugendgruppe. Sie haben zusammen geweint und gelacht. Und ich finde, dass es auch ein Weg gegen Antisemitismus ist. Auf jeden Fall. Miteinander reden, Dialog gehen, gemeinsame Erlebnisse. Das war auch organisiert von Union Progressive Juden. Sie haben über unsere Dachorganisation schon gefragt. Und da war auch Folge, dass jetzt wurde, nicht jetzt, sondern vor ein paar Jahren wurde Begegnung e.V. gegründet, die solche Veranstaltungen, Reisen organisiert. Begegnung e.V.? Begegnung e.V. Und von uns war auch eine Gruppe von unseren Gemeindemitgliedern im August, zu solcher Reise in Polen war auch, ja. Okay. Bei uns in den Shownotes findet man den Link zur jüdischen Gemeinde, zur Internetseite. Da kann man sicherlich die Feste auch finden, die ihr da feiert. Aber sag doch mal, wie ihr so einen Festtag begeht. Was macht ihr da? Das ist ganz unterschiedlich. Zum Beispiel Rosh Hashanah fängt an mit Kerzen entzünden, jüdisches neues Jahr, dann Gottesdienst, festlicher Gottesdienst, dann festliches Essen. Wir essen süßes Brot, wir essen Honig und Äpfel. Das ist symbolisches Essen für Rosh Hashanah. Und auch gefüllter Fisch, das ist unsere besondere Leckerei, die Gemeinde immer vorbereitet. Der zweite Tag wird auch gebetet, aus der Tora gelesen und das sind eigentlich zwei Tage, die wir in der Synagoge sind. Jomgebur fängt ganz anders an. Wir fangen mit kleinem Imbiss, dann kommt Gottesdienst und dann 25 Stunden fast. Und diese 25 Stunden praktisch sind wir in der Synagoge und gibt es mehrere Gebete, die wir beten. Und letztes Jahr, die Polizisten haben gelacht, sie haben gesagt, sie haben fünf Stunden gestanden, Frau Kariakow. Wir haben das durch Fenster gesehen. Ich habe gesagt, dass ich vielleicht die Rabbinerin manchmal vergessen habe, gesagt habe, dass wir setzen können. Das sind wirklich sehr ernsthafte Gebete. Wir ziehen uns alle weiße Kleidung an und beten. Und ist das der übliche Weg, wie jüdische Gemeinden sowas feiern oder habt ihr eine eigene Gestaltung da? Doch, ich glaube, das ist im ganzen Weltgleich. Ob jemand zwei Gebete mehr liest oder weniger, das ist ein Unterschied. Aber im Großen und Ganzen. Du hast gerade Rabbinerin gesagt, habt ihr eine feste Rabbinerin bei euch? Ich habe eine Rabbinerin, die Mitarbeiterin ist in Bielefeld und auch Teilzeit bei uns. Sie war früher auch Landesrabinerin für drei Gemeinden, Köln, Una und Oberhausen. Dann hat sie nach Bielefeld gewechselt und wir waren so traurig, wie kann sie uns verlassen? Und sie ist bei uns geblieben und wir haben noch Bereicherung. Jetzt haben wir auch Kantos Bielefeld bei uns. Das ist eine Freude auch. Okay, krass. Und die sind dann auch regelmäßig da? Genau. Und wenn die nicht da sind, macht ihr dann auch Sachen quasi selber? Einige Gottesdienste können wir auch selber durchführen und machen alleine. Als Laien. Ich blicke da natürlich drauf. Ich bin ja in der evangelischen Kirche irgendwie engagiert und blicke dann aus diesen Strukturen da drauf, die hochkomplex und mit ganz vielen Leuten hinterlegt sind. Ich glaube, im Bereich Fremdenberg gibt es aktuell noch vier Pfarrpersonen, Pfarrerinnen und Pfarrer. Und ihr habt eine Rabbinerin, die aber auch noch in Bielefeld ist und so. Das sind natürlich ganz, ganz andere Größenverhältnisse und Strukturen. Genau. Aber wir sind eine kleine Gemeinde mit 160 Personen. Das wollte ich gerade fragen. Wie viele Menschen seid ihr? 160 Personen, die hier Mitglied sind. Weißt du, wie viele jüdische Menschen es in Deutschland gibt? 120.000 circa. 120.000. Okay. Es gibt es mehr, aber das sind die, die im Gemeindeleben organisiert sind, sagen wir so. Okay. Gut. Die Gemeinde heißt Hakuchaf. Das habe ich, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Hakuchaf. Und wenn du jetzt, also viele Leute hören in diesem Podcast ein paar hundert Leute aus Fremdenberg, wenn du die jetzt einladen wollen würdest, was würdest du denen sagen? Ich möchte sagen, dass ich würde mich sehr freuen, meine Freunde aus Fremdenberg wieder bei uns zu sehen und auch Menschen, die uns noch nicht kennen. Herzlich willkommen. Bruchim habaim. Das hört sich wie ein Schlusswort an. Was heißt das, was du gerade gesagt hast? Ich habe gesagt, herzlich willkommen. Bruchim habaim ist das hebräisches Wort dafür. Okay. Gut. Dann, ja, nehmen wir das doch mal so wahr, dass die Vorsitzende der jüdischen Gemeinde im Kreis Unna, wo auch Fremdenberg dazugehört, uns einlädt, vorbeizukommen, vielleicht ein Orgelkonzert anzugucken, einen Gottesdienst mitzufeiern und einfach das jüdische Leben mal zu erleben, ins Gespräch zu kommen und das auch weitererzählen zu können. Ich möchte sagen, das nächste Konzert findet ab 27. Oktober statt. Ja. Jüdischer Jazz. Jüdischer Jazz. Jazz. Und das ist ein Konzert, wir sammeln, spenden für ein Projekt in Dortmund, Berthes Haus. Genau, kann man das vielleicht bei uns, weil wir das im Internet, können wir das veröffentlichen. Wenn wir das finden, verlinken wir das gerne in den Shownotes zur Folge. Wunderbar. Ja, ich bin sehr beeindruckt von diesem Gespräch. Vielen Dank, Alexandra Kariakow. Danke dir. Schon irgendwie traurig, dass vor der Synagoge die Polizei stehen muss. Ja, gleichzeitig irgendwie gut zu hören, dass es immerhin noch keinen Vorfall in Unna gab. Was ich auch besonders interessant fand, ist, warum die Gemeinde überhaupt gegründet wurde und dass man sich irgendwie ein eigenes Zuhause schaffen wollte und nicht nur Gast in der Synagoge in Dortmund sein wollte. Ja, voll. Sie wollten irgendwie ein Teil davon sein, mitgestalten, nicht nur zugucken, nicht nur Besuchende sein. Das fand ich eine sehr bemerkenswerte Schilderung und Wahrnehmung und da will ich irgendwie auch drüber nachdenken, so wie es eigentlich in den Organisationen ist, für die ich stehe. Lade ich Gäste ein oder lade ich Leute zum Mitmachen ein? Ja, und dieses Zusammenkochen, Beten, viele gemeinsame Veranstaltungen, da eignet sich so viel Gemeinschaft in Hakorhaf, ein Ort des Glaubens und ein zweites Zuhause für jüdische Menschen und eigentlich auch für alle Menschen. Genau, die laden ja regelmäßig Leute ein, machen Aktionen mit allen möglichen Glaubensgemeinschaften und allen Menschen. Ja, voll. Ja, alle Infos findet ihr wie immer in den Shownotes, folgt uns auf Social Media, schaut auf unserer Webseite ruheule.de vorbei und lasst uns gerne auch Feedback da. Shalom. 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 Shalom.